ja genau mario angekündigt und wir spielen heute wieder super mario 3d world so und natürlich wieder mit und ich unten links in der ecke so dann schauen wir mal spielen wir mit naja ist eigentlich egal mit wem spielen also sterne bleiben ja so oder so auf einem charakter hängen also bei allen charakteren wenn der natürlich wieder mario und ich merke gerade ich habe so ein klein bisschen pappmaul und bewässert lebt befeuchtet und los gates natürlich kann ich hier eins nicht zocken und zwar ist das moment wo war das eigentlich das war hier bei dem bei dem komme ich leider nicht rein ich habe leider kein pro controller von von der switch werde ich mir aber sehr wahrscheinlich dann besorgen weil ich das spiel hier einfach mal komplett durchspielen möchte mikro ist mir ein bisschen im weg hier ja wir wissen ja was da zu tun ist jawohl jesse da war zweimal davon zweimal davon okay zweimal kirschen zweimal glöckchen zwei level ab okay das ist perfekt das ist perfekt so jetzt wird erstmal gespeichert so es freut mich sehr dass ihr so reichlich einschaltet nur fehlen mir jetzt noch zwei sterne bis zum bowser castle kann ich hier denn irgendwo noch ein level bestreiten ich muss irgendwo noch zwei sterne besorgen leute muss hier noch irgendwo zwei sterne besorgen da sind wir noch nicht komplett durch da sind wir einmal komplett durch da ist es schwer einen dritten stern zu kriegen da kann ich ja diese eine versteckte stelle dieses eine secret das müssen wir auf jeden fall noch bewerkstelligen springen wir rüber da naja eigentlich wollen wir jetzt nur auto so jetzt bin ich mal gespannt ob ich das diesmal schafft ich glaube ich werde das nicht ich werde das definitiv nicht ja toll der stern bringt mir ja nicht viel aber den habe ich ja schon na egal komm soll die nummer arschkrampe soll immer den body nicht nein falsche taste auto ist mir sowieso nur auf die nerven aua du arschkrampe soll die nummer oh man egal da ist ja sowieso wieder an katzenglocke willkommen dankeschön naja das war der eine stern ja gut deshalb so wild nee da will ich nicht hoch ich möchte katze sein so ich glaube das war das secret hier ne da muss ich alle münzen nee doch nicht oh ich hab mich jetzt selber wieder verschwunden wo war denn das normale secret na komm holen wir uns erstmal die punkte ich glaube das warte mal war das nicht irgendwo hier nee nein nicht runterfallen weiß nicht was da unten ist ich glaube da ist der abgrund oder ja da ist der abgrund ja hier drin war hier nur ein level up ein extra leben nee das muss doch irgendwo da unten gewesen sein wo war das doch mal der schieseler peng nein komm schon komm schon komm schon baby komm schon ich bin ja auch manchmal blöde ich spring einfach irgendwo hin wo ich noch nicht mal weiß wo was wo hier der abgrund war naja egal komm irgendwo war doch hier das eine secret war doch nee das war nicht hier irgendwo war das mit den blauen Münzen ich weiß selber nee absolut nicht mehr wo nee da sind wir ja gerade drin gewesen wo war das nochmal wo war das nochmal naja hier ist es nicht ich bin mir absolut nicht mehr sicher wo das war ein bisschen weiter zurück oder kann das sein nee hier sind wir ja hoch gekommen war das vielleicht da oben na komm schon kannst doch wohl da hochklettern ach man was ist das ey wollen wir uns eben so naja da ist ja nur ein Zeitstempel extra time ja nicht so wild ne ja willst du mich jetzt noch noch ärgern oder was guck mal her du kleiner Fatzke ja toll das ist jetzt auch nicht das secret gewesen was ich meinte wo zum irgendwo war das ich weiß selber nicht mehr ich muss das echt mal ich muss halt nochmal selber herausfinden wo das war oh man ey ich muss da nochmal rein Leute ich muss da definitiv nochmal rein oh man ey dem Baum war ja auch nichts ne oder es macht zwar fun ne aber diese verdammten Sterne die machen mir hier Kopf zu brechen irgendwo war doch das secret ich weiß echt nicht mehr wo ich weiß echt nicht mehr wo das war und nicht vergessen abonnieren kommentieren und Glocke aktivieren und ein Däumchen da lassen ne ihr wisst bescheuert abonniert diesen Channel du du und du und du und du und du und du und du so wir müssen da nochmal rein ich muss den Stern nochmal finden hier da war irgendwo das secret am Anfang ich weiß nicht mehr wo so ich klappe jetzt nochmal alles ab hier ne hier unten war auch nichts oder war hier ne hier war nur ne kleine Krabbe noch ne Krabbe ein paar Münzen ich klappe hier echt nochmal alles ab hier muss doch irgendwo dieses eine secret mit den blauen Münzen gewesen sein oder war das im zweiten ich weiß es echt nicht mehr hier muss doch irgendwo dieses hier muss doch irgendwo der dritte Stern sein das kann doch nicht sein dass hier nur zwei sind ist hier unten irgendwas oh du Arsch man war das fies ey will die Katze sein da unten ne da will ich nicht hin das ist nur ein Abgrund oder hat der Abgrund vielleicht auch was ne glaube ich nicht oder na komm her na komm ey hier waren nur die einen Münzen irgendwo war hier ein secret ne wir sind schon fast wieder durch ich blick da nicht durch ich weiß echt nicht wo dieses wo dieser dritte Stern sein soll ich muss da privat nochmal ran echt mal also ich muss das hier intensiv mal äh untersuchen kann ich das irgendwie wie kann ich denn hier die Kamera ach so ja da oben ist nur der eine Hase ne der große hier unten ist der kleine aber die will ich ja nicht haben wenn dann nur den Zeitstempel hier naja hier war nur der Stempel ne ja ich weiß echt nicht wo der hier sein soll ich hab echt keine Ahnung muss ich hier echt alles zerstören oder was damit ich hier diesen dritten Stern bekomme oder was ey falls einer von euch das weiß schreibt mir doch gerne in die Kommentare damit könnt ihr mir ein bisschen weiterhelfen ich mach jetzt alles kaputt hier will den dritten Stern haben hat nichts gebracht weil sinnlos was ist denn eigentlich hier unten wenn ich jetzt hier vorsichtig nein 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 oh ah guck mal ich hab ihn gefunden Leute ich hab ihn gefunden oh man ey alter da muss ich mir echt an den Kopf fassen ich hab den dritten Stern Leute jawoll gut dass meine Neugier gesiegt hat gut dass meine Neugier so so gierig war und ich bin da echt ich bin echt drauf und dran gewesen das Ding zu finden das war so auffällig ne dieser Abgrund war so auffällig ich musste einfach mal da runterspringen ich wollte da vorsichtig runterspringen und äh was ist passiert ich hab den dritten Stern direkt entdeckt guck mal hab ich entdeckt oh man darauf erstmal ein Schlückchen Bier ne Leute wir haben den neunten Stern warum wird die Fahne nicht rot nein ich wollte nicht da rein ich hab gedacht ich müsste jetzt nochmal bestätigen nein achso achso das ist äh ok nein ich will hier ich will einfach nur raus darf ich hier jetzt irgendwie raus kann ich jetzt irgendwie raus äh wie komm ich denn hier warte mal irgendeine Taste muss doch hier zum Exit Course genau dankeschön aber warum wird die Fahne nicht rot naja egal ich hab da alle drei Sterne hier hab ich auch alle drei Sterne hier fehlen mir allerdings noch paar Sterne egal wir gehen ja jetzt mit Luigi rein mit dem haben wir das gemacht jawoll it's Luigi time muss auch irgendwo ein Secret sein ich klappe jetzt alles intensiv ab warte mal kurz da ganz oben da leuchtet irgendwas grün seht ihr das denke da müssen wir erstmal hin oder bevor wir die Fahne da müsste der Stern sein da müsste einer der Sterne sein aber hier fehlen ja zwei hm daneben nicht Aua blöd Mann pow 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 so jetzt räume ich die erstmal alle kaputt hier da war ein versteckter very nice hallöchen da ganz oben ist ein Podest und hier ist auch noch ein versteckter ach hier war das mit den blauen genau das müssen wir jetzt mal schaffen Alter das müssen wir jetzt definitiv mal schaffen hier ist nämlich einer der Sterne oh nicht gerade einfach ey die werden nämlich in verschiedenen Konstellationen hier aufgestellt nee das schaffe ich nicht ah Mann war ich hier wieder so ein Mistbau ja witzig und nochmal da rein mit dem Controller ist das nicht gerade einfach Leute ich muss den ich muss die drei Sterne hier bekommen auch wenn meine Hände ja anfangen zu schwitzen ach nö muss ich das Level jetzt ist das zum Kotzen einmal aktiviert darf ich das nicht nochmal machen egal wir holen uns den Stern ganz oben scheiß auf die Viecher hier warte mal da ist noch irgendwas ne da ist nur so ein paar naja da nehme ich komm schon da ist ne unsichtbare Plattform oder ne durchsichtige Plattform da muss ich drauf komm schon jawoll auf den Baum ab nach ganz oben was ist das hier oh was ist das ein Turm kann ich da hochkackseln ja was ist das denn das sah mir aber nicht das sah mir aber eher aus wie ein Stern was ist das eine Wolke die mich weiter nach oben pustet yeah super Stern oh da macht von das macht von ich hab den grünen Stern jawoll jawoll einer der also ne zwei von drei Sterne aber wenigstens schon mal das Level müssen wir definitiv noch mal machen hallo Pflanze hau hau ab du ja damit Punkte immer Punkte mit immer Punkte mitnehmen mit Absahnen wollte ich einfach sagen aber naja naja ich bin ja sowieso schon groß genug ich bin doch schon ein großer Junge ich rutsche ständig mit meinem Daumen von diesem Stick hier ab weil ich hab mir vor ein paar Jahren hab ich mir mal die Handwurzel äh Handwurzel äh verletzt dabei hab ich mir den Nerv vom Daumen durchgetrennt und deswegen hab ich da so ein leichten so ein leichten kribbeln und kaum noch Gefühl drin aber egal ich kann ich kann noch damit korpolieren ich kann damit noch korpolieren so wir müssen da nochmal rein ich muss die ich muss die Sterne äh den dritten Stern bekommen obwohl wir haben wir haben eigentlich schon wenn ich mal recht überlege wir können ja schon ins Bowser Castle ne egal ich will den ich bin so ich bin so ähm ich bin so geizig äh geizig gierig ich muss das einfach machen ach komm scheiß halt auf die Paus ich muss in diesen ja da muss ich eine Pau benutzen ja na rota oh Menno ich muss das machen ich bin jetzt so drauf dass ich das machen muss schon ne ich springe immer an die falsche Stelle Leute ich springe immer an die falsche Stelle ne da hab ich jetzt ne jetzt jetzt hab ich die Fresse voll jetzt hab ich die Fresse voll gelten jetzt nicht zwei Sterne oder nicht ja ok äh haben wir jetzt genug Sterne wir haben genug Sterne um ins Bowser Castle zu kommen aber ich will alle Sterne haben komm ey ein Versuch ist es noch wert ein Versuch ist es noch wert definitiv diesmal ein bisschen mehr Concentration ja du mich auch blöde Pflanze ich bin dein Glyphosat na ein Glyphosat ist nicht gut so jetzt Concentration ah jetzt brauche ich schon wieder Scheiße na komm 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 yes wir haben ihn gekriegt wuhu 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 ja Übung macht den Meister ne und wie heißt der TomXLP jawoll so ähm wir haben jetzt alle drei Sterne wir müssen das Level jetzt auf jeden Fall definitiv äh benden sonst wird das nicht gezählt denke ich mal das machen wir jetzt mal auf die Schnelle scheiß was auf die Viechers na äh 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 ja mann erstes Level drei Sterne zweites Level drei Sterne und ich glaube bei den anderen habe ich jetzt glaube ich auch schon drei Sterne abgesagt oder ich weiß nicht wir müssen gleich mal gucken keine Ahnung ähm und äh nicht vergessen abonnieren kommentieren Glocke aktivieren damit ihr nichts verpasst und äh ein Däumchen ne würde mich auf jeden Fall sehr freuen abonniert diesen Kanal Leute damit bringt ihr mich weiter und äh TikTok ja gut TikTok also momentan ist TikTok wirklich einer der Meister in Sachen Abonnenten und äh naja YouTube wird damit auf jeden Fall totgetrampelt fände ich scheiße deswegen abonniert diesen Kanal und äh abonniert sonstige Kanäle die ihr habt unterstützt die YouTuber wir sind eine Gemeinde auch wenn wir Konkurrenzkampf hier betreiben ist scheißegal so äh was wollte ich jetzt eigentlich äh was ist hier eigentlich ich glaube ich nur Münzen naja was ist hier komme ich da rauf warum komme ich da nicht rauf rauf Mann ist das hier für eine Wolke hallo Wolke Hegenbart oder wer ähm ja ähm hier haben wir drei Sterne hier fehlen noch welche und hier haben wir nur einen Stern ja das werden wir auf jeden Fall später dann herausfinden vielleicht ähm beende ich dieses dieses Island hier auf der privaten Ebene und ich sage Dankeschön fürs Zusehen wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder kommentieren äh nochmal kurz zurückspulen aktivieren kommentieren und like da lassen und äh abonnieren nicht vergessen äh ja egal ich hab's jetzt schon tausendmal gesagt bis demnächst reinhauen und ciao mit all mit all mit all